So, liebe Freunde, ein kleiner Zwischenstand. Heute mal kein Carstrip, sondern wir schauen mal nach, wo wir mit dem ganzen Zeug hin sollen, weil ich hab einfach keinen Platz mehr. Vieles wird dann später oben auf dem Speicher sein, aber ich hab einfach keinen Platz mehr. Deswegen möchte ich hier jetzt Regale hinmachen. Ich hab auch jede Menge Holz da, Platten sind auch jede Menge da. Würde ich sagen, fangen wir an, heute mal ein bisschen was anderes. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.